Musik Anfang Juli 2016 kamen gut 5000 Menschen in der Münchner Innenstadt zur Abschlusskundgebung des ökumenischen Netzwerkes Miteinander für Europa zusammen. Schon im Rahmen eines zweitägigen Kongresses im Zirkus Kronebau hatten sie sich ausgetauscht und sich ihrer gemeinsamen Ziele vergewissert. Jenseits kultureller, nationaler und konfessioneller Unterschiede. Einheit ist möglich, 500 Jahre Trennung sind genug. Unter diesem Titel setzten Engagierte aus mehr als 200 christlichen Bewegungen, Gemeinschaften und Werken ein Zeichen für Versöhnung und ein Miteinander der Konfessionen. Die Begegnungen in München haben gezeigt, Christen machen sich stark für ein vereintes Europa, auch wenn aktuelle politische und gesellschaftliche Strömungen in ganz andere Richtungen zerren. Verantwortliche der verschiedenen Gemeinschaften beschreiben, wie sie die Situation unseres Kontinents wahrnehmen. Das Miteinander ist in Europa heute nicht selbstverständlich, aber es ist bestimmt nötig. Nach den dramatischen Erfahrungen des 20. Jahrhunderts wurde uns in Europa Frieden geschenkt. Eine kostbare Gabe, die wir miteinander schützen und bewahren müssen. Europa steckt seit längerer Zeit in einer kulturellen und existenziellen Krise. Es durchlebt die Nacht seiner Prinzipien, seiner Rolle in der Welt, die Nacht seiner Träume. Europa ist auf der Suche nach einer totalen Freiheit. Es erkennt die eigene Kultur nicht mehr an, die sich in 2000 Jahren christlicher Tradition herausgebildet hat. Sie zu leugnen, bedeutet die eigenen Wurzeln abzuschneiden und wie ein lebloser Baum dazustehen. Auch die Vertreter der Kirchen zeichneten ein ernstes und bedenkliches Bild der aktuellen Lage. Wir sind in einer Woche, wo alle Welt über Europa spricht, alle Welt sich Sorgen macht über die Zukunft Europas, alle Welt sich Sorgen macht über die Spaltung Europas, über das Auseinandertriften Europas. Nach der Katastrophe des Zweiten Weltkriegs, da war Europa für uns Junge ein Friedensprojekt. Aus Feinden sollten Freunde werden und wir sind es geworden. Es kann doch nicht sein, dass die längst totgeglaubten Gespenster eines nationalistischen Egoismus wieder aus ihren Gräbern aufsteigen und Angst und Schrecken verbreiten. Und auch Papst Franziskus fand in seiner Videobotschaft, die er zur Veranstaltung geschickt hatte, deutliche Worte und warnte davor, sich dem Klima von Angst und Egoismus zu ergeben. Doch das Oberhaupt der katholischen Kirche sah im Miteinander der Bewegungen und Gemeinden ein starkes Zeichen der Hoffnung und lud sie ein, sich aktiv einzubringen. Und das Oberhaupt der Orthodoxie, Patriarch Bartholomäus aus Istanbul, bekräftigte in seiner Videobotschaft die Notwendigkeit, dass Christen sich gemeinsam auf die Wurzeln ihrer Religion besinnen. Ich denke, dass es dennoch nicht so Verbreiten ist, dass sich nicht so gut und das Allgemein in der Verbindung mit einer Solidarität vollen und voranz논� einigermaßen Weise, dass wir in Europa am Mittagesten also in Europa, als im Auslandischen Regionen der Bevölkerung wohl auch globally Und die Vertreter und Verantwortlichen der Gemeinschaften zeigten Wege in die Zukunft auf. Jeff Fountain aus den Niederlanden verwies dafür auf das christliche Fundament der europäischen Verfassung. Vor 60 Jahren hatte Robert Schumann, ein Gründervater des europäischen Projektes, einen Traum von einer Gemeinschaft von Völkern in Freiheit, Gleichheit, Solidarität und Frieden. Und diese tief verwurzelt in den grundlegenden christlichen Werten. Die Krisen, denen er und seine Kollegen Konrad Adenauer und Alcide de Gasperi gegenüberstanden, waren viel grösser als jene, die wir heute vor uns haben. Sie waren jedoch als frühere Feinde durch das Evangelium von Jesus Christus versöhnt. Und als solche wagten sie, von einem Nachkriegseuropa zu träumen und dafür zu beten, dass auf den Jahrhunderte alten Grundlagen wieder aufgebaut sein würde. Wir wollen, dass Europa nicht nur ein Saker der Väter ist, sondern auch der Kinder, der Jungen. Ihre Jugendlichen müssen heute den Ehrgeiz haben, ein Europa ohne Mauern aufzubauen, das hoffnungsvoll auf die Welt von morgen blickt. Jeder von uns, all unsere Gemeinschaften, unsere europäischen Völker und alle können einen Schlüssel in die Hand nehmen, der Mauern öffnet, damit sie sich eine frische und menschliche, freie und barmherzige Luft verbreitet. Marco hat davon gesprochen, wir alle haben einen Schlüssel. Wir haben seine Rede gehört, aber die Frage ist, welche Antwort geben wir? Wir sagen Ja zu einem Miteinander in Europa. Das ist unsere Botschaft an diesem heutigen Tage nach ganz Europa. Wie sie Verantwortung wahrnehmen wollen in Gesellschaft und Kirchen und für welchen Traum von Europa sie bereit sind, sich mit Engagement einzubringen, das formulierten anschließend Jugendliche verschiedener Gemeinschaften und Länder. Ich hoffe, dass Europa ein Ort werden kann, der weniger individualistisch und stattdessen warmherziger gegenüber allen ist. Ich kämpfe für ein harmonischeres Europa. Ich stelle mir Europa so vor, dass jeder Einzelne seinen Nächsten annimmt und sich dafür interessiert, was prägt meinen Nächsten und an was glaubt mein Nächster. Und ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir aufeinander zugehen, dass wir uns wahrnehmen und so ein Europa schaffen, das uns gegenseitiges Vertrauen, Hoffnung und Respekt voreinander einbringt, dass wir da wachsen können. Pater Heinrich Walter von der Schönstattbewegung fasste zusammen. Wir gehen miteinander für ein Christentum der offenen Tore. Wir gehen mit dem Ethos des Respekts vor der Würde des Einzelnen. Wir gehen für ein Europa, das sehr vielgestaltig und doch Heimat für jeden von uns ist. Um sich als Miteinander der Gemeinschaften konkret auf gemeinsame Schritte festzulegen, formulierte das Leitungskomitee von Miteinander für Europa eine Abschlussbotschaft. Zum Miteinander gibt es keine Alternative. Ein Miteinander in versöhnter Verschiedenheit ist möglich. Wir gehen den Weg der Versöhnung und helfen mit, dass unsere Gemeinschaften, Kirchen, Völker und Kulturen in Vielfalt geeint leben können. Wir begegnen Menschen anderer Weltanschauung und Angehörigen anderer Religionen mit Respekt und suchen das offene Gespräch. Wir setzen uns dafür ein, dass Mitmenschlichkeit und Frieden auf der Welt wachsen. Wir vertrauen auf den Heiligen Geist, der die Welt ständig erneuert und belebt. Ein lang anhaltender Beifall war die spontane Antwort des Publikums. Und jeder erhielt als Erinnerung und symbolisches Zeichen für die Öffnung auf die anderen hin einen Schlüssel. Die Teilnehmer der Kundgebung gingen von München in ihre Heimatstädte und Länder zurück mit der Überzeugung, in einer Zeit des Populismus und der Egoismen, Ja zu sagen zu einer Kultur der Beziehung und der Bündnisse. Sie fühlen sich über die eigenen Landesgrenzen hinweg quer durch Europa zutiefst verbunden mit anderen Christen, die Zeugnis geben wollen vom Evangelium, von Versöhnung und geschwisterlicher Liebe.